Hallo und herzlich Willkommen bei Lule und Leon Family Empfang. Und heute haben wir ein neues Video vor euch und zwar wieder mal 24 Stunden eingesperrt. Das hatten wir schon mal in Leons Zimmer. Aber wo denn diesmal? Vielleicht in Isas Zimmer oder im Elternzimmer? Im Auto. Im Auto, genau. Wir werden uns jetzt 24 Stunden im Auto einsperren und das ganze über Nacht. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen was. Habt ihr alle jetzt Schlafsäcke? Ne, wir haben nur zwei. Ich werde ja auf dem Fahrersitz schlafen. Hä? Schade. Oder ich im Kofferraum. Ja klar, ihr könnt euch in den Kofferraum legen. Ich bin im Kofferraum. Aber das gucken wir uns jetzt erstmal an. Nämlich jetzt müssen wir erstmal die Sachen packen, weil wenn wir dann im Auto sind, dann können wir ja nicht mehr raus. Sonst sind wir ja 24 Stunden eingesperrt. Also jetzt dran denken, alles vernünftig einzupacken, was wir brauchen. Würde sagen 10 Minuten. Bitte 30. 30 Minuten und dann gehts ins Auto. Also wir gucken jetzt mal, was für Sachen wir brauchen könnten und dann gehts los. Viel Spaß bei dem Video. 24 Stunden eingesperrt über Nacht im Auto. So, fangen wir bei Lulu an. Ich habe einen Schlafsack. Natürlich brauchen wir einen Fächer, falls es heiß ist. Fächer, aha. Ja. Was noch? Vielleicht ein Kissen? Ein Kissen, ja. Gut, dass der nicht kann links. Welches Kissen denn? Ich habe so viele. Wir nehmen doch das mit den Humpen. So, dann gucken wir mal was leer. Hey Mama, ich bekomme kein Tor. Was packst du ein? Hey Leute, ohne reine Sarmgelöste. Aber im Auto wird es schwierig mit Zähneputzen. Dann nehmen wir einen Karton mit, damit wir da rein spucken können. So, habt ihr an alles gedacht? Ja. Liegt auf jeden Fall glaube ich viel da. Jetzt müssen wir natürlich erstmal am Auto gucken. Klaro. Aber so passt das ja noch nicht. So, Kindersitz raus. Einen Sitz ist schon mal oben gelegt. Zack. Ja, das ist doch eine super Liegefläche. Nicht schlecht. So. Schuhe aus. Ja natürlich, du könntest dich ja erst hinsetzen und dann kannst du ja reinkrabbeln. Aber wenn ihr jetzt drin seid, dürft ihr nicht mehr raus, wenn die Türen gleich zu sind. Sicher, dass ihr alles habt? Klaro. Auf einmal die Schuhe raus. Schuhe aus. Schuhe aus. Schlappig. Dann ich eine andere Stelle. So. Hier. Der Schlaßler kommt erstmal hier rein. Dann die Decke da. Ich hab meine Decke hier. Ich hab meine Decke nicht. Mein guter Alter. Oh ja, Licht ist sicher gut. Oh, die Sonne blättert. So, jetzt müssen Mama und ich vorne hin und dann Deckel zu. Hey, wir sind in der Dose. Ja. Hi. Ich hab zum Glück ein Squishy dabei. Hast du? Ich nicht leider. Darf ich nochmal rauf? Nein, Spaß. Nein, nein, nein. Boah, ich schwitze hier voll. Ich auch schon. Boah, ich schwitze. Eine Ewigkeit später. Ja. Ja. Und mittlerweile schon ganz schön warm hier drin, ne? Zum Glück habe ich meine Fächer. Ja, musst du aber jetzt ordentlich fächern, ne? So heiß. Ja, das wird auch noch so bleiben. Ne, es wird noch heißer hier drin. Oder noch heißer, genau. Was machst du? Ich esse jetzt was. Genau, Thomas hatte dann doch ein bisschen Hunger, ne? Wie gut, dass ich was eingepackt habe. Ich schwitze. Hm. Ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so warm, ne? Keine. Das Problem ist ja, wir können auch erst in der Nacht mit den Kindern fahren. Weil so darf man ja gar nicht Auto fahren. Dann müssen wir uns in der Nacht an McDrive schleichen. Oder Burger King oder so. Schleichen. Oh ja. Schleichen ja in Burger King. Aber was machen wir dann? Dann verstecken wir uns vor der Polizei. Dann machen wir, wenn die Polizei da ist. Hallo. Was schmeckt das? Hast du Ketchup vergessen? Kann ich auch was essen? Den habe ich vergessen, tatsächlich. Ich habe nur an das Essen gedacht. An das reine Essen. Wir sind trocken. Ja, tut mir leid. Aber besser als gar nichts, ne? Kann ich auch ein bisschen Zelt? Beiß einmal ab. Mhh. 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 Lecker. Wirklich lecker. Aber nicht, dass uns hier einer sieht. Und die Nachbarn denken, wir wären doof. Na gut, das können wir nicht ändern. Na Thomas, das sieht schon ganz schön müde aus. Ist hier warm? Mhh. Mir auch. So, Lulu hat jetzt auch das Schnitzel. Lass dir schmecken. Mhh. Sehr lecker. Ist gut? Tut auch gut, ne? Mhh. Es ist schön kalt. Danke sehr. Kann doch nicht mehr kalt sein jetzt. Mhh. Das ist schon kalt. Ja, das Schnitzel war ja auch mal heiß in der Pfanne, ne? Mhh. Schmeckt es denn? Ja. Gut. Freut mich. So. Ich suche nur die richtige Schlafposition für heute Abend. Ich glaube aber so ist das beste Problem. Aber so. Aber mal gucken. Aber wir haben's gut. Ja, ihr habt's wirklich gut. Ich bin ein Monster. Aber Papa muss hier halt gucken, wo er bleibt, ne? Und Mama auch. Ja. Und älterlich. Schwitzt, ja. Was ist mit euch da? Seid ihr noch am spielen? Ja, die ganze Zeit. Mein Akku ist gleich leer. Meiner ist schon fast leer. Ich gucke jetzt, ob wir hier ein bisschen was gucken können. So. Hat geklappt. Da hat er sich Fußball angestellt hier. Ja. Klaro. Wenigstens das. Ja, ist ganz schön warm, ne? Ja. Das kann man wohl laut sagen. So. Jetzt hat er sich zurückgelehnt. Jetzt muss ich besser Fußball gucken. So kann ich nachher auch, glaube ich, gut schlafen. Leute. Ich bin totgeschwitzt. Ja, aber wir haben noch ein paar Stunden. In der Nacht wird's ja kühler. Nö. In der Nacht wird's genau so heiß wie jetzt. Jetzt fahren wir eine Runde auf Privatgelände. Fahren wir hier. So. Wir fahren jetzt mit Tempo 20. Aus. Ganz langsam hier. Einfach nur, dass wir ein wenig Fahrtwind abkriegen. Weil wir können ja nicht die ganze Zeit das Auto laufen lassen. Dann ist er ja. Und mir die ganze Zeit die Klimaanlage an. Ah. Das geht ja nicht. So. Ihr seht es. Die Sonne ist fast untergegangen. Es ist dunkel. Wir haben es auch gleich. Ach, man sieht es da nicht. Aber es ist gleich 9 Uhr. Und jetzt müssen wir gleich schlafen. Ja. Aber wie. Allerdings haben wir ja gesagt, wir wollten vorher noch. Einen kleinen Lommertrunk ist es ja nicht. Aber wir holen noch ein kleines Schlummereis. Aber ich glaube, so können wir da nicht hinfahren. Deswegen müssen wir einmal ganz kurz die Sitze hochklappen. Und dann fahren wir einmal noch zu McDonalds im Eis. Und dann wird geschlafen. Aber das müssen wir jetzt machen. Weil es macht ja auch keinen Sinn, dass wir jetzt von der Polizei angehalten werden. Und dann deswegen ärgerlich. Also klappen wir jetzt einmal schnell die Sitze hoch. So. Einmal kurz noch richtig hinsetzen. Und danach wird das Nachtlager aufgeschlagen. So. Wie ihr seht. Wir warten da drauf zu bezahlen. Wir haben jetzt drei McFlurry mit Schoko genommen. Und ich habe einen McFlurry mit Pickup und Schoko, ne? Ja. Ich bin mal gespannt. Habe ich noch nie gegessen. Aber wird schon gehen, ne? Danke. Danke. Ebenso. Ciao. Da sind sie. Yay. Ich sehe hier die Lochis, glaube ich, drauf. Die sind überall drauf. Ach so. Okay. Also. Noch erkennt man es nicht. Wir warten, bis wir wieder stehen. Und dann wird gefuttert. Der besteht nur auf Sahne. Meiner besteht nur auf Sahne. Nein. Das ist das letzte Abendmahl und danach geht's ins Bett. Was? Schmeckt es? Ja. Leon? Ja. Dich sieht man nur vom... Du könntest dich umbringen. Jetzt. Schmeckt es denn? Mhm. So. Und deiner? Es ist Eis. Es ist nur Softeis im Becher. Mhm. Welches Eis hat viel? Ich habe dasselbe wie ihr. So. Den lassen wir uns jetzt schmecken. Mhm. Und dann geht's ins Bett. So. Und jetzt? Gute Nacht. Wir probieren es zumindest. Nacht. Warte. So. Auto aus. Machen wir einmal Licht noch, damit man sieht. Bis morgen. Gute Nacht. Ich bin der Lucky. Man sieht ja eh nichts mehr. Ist noch nicht ganz dunkel, aber... So hell wie es da jetzt aussieht, ist es gar nicht. Das kommt von irgendeiner Lämpe. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Oh. Oh. Wie geht's euch? Oh. 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 Und ich nicht mehr schlafen können, weil mir der Rücken wehtut. Oh. Hast du keine Bürste mitgenommen? Naja. Zum Glück habe ich das hier mit. Das war die ganze Zeit. Irgendwie haben wir jetzt benutze ich mal. Ich glaube Mama hat auch... Ach, das ist ein bisschen. Ich habe glaube ich auch was zum Frühstücken. Zumindest trocken Toast mit... Was? Müsst ihr mal gucken. Oh, das ist ja wie ein Pumakäbel hier. Oh. Da ist er geflogen, der Toast. Mal ein bisschen das Fenster aufmachen hier. Hier Thomas, möchtest du ein Frühstück? Ja. Ich würde sagen Mission erfolgreich. Aber das müssen wir auch nicht nochmal machen. Es war schon sehr warm. Anfangs. Ja. Dann wurde es kalt. Nachts wurde es kalt, weil ich keine Decke dabei habe. Bei uns wurde es kalt. Ja, bei euch nicht. Aber bei mir. Ich habe ja gedacht, das geht so. Und jetzt. Das ist auch kein gutes Frühstück. Entschuldigung. So. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, wo wir uns einsperren könnten. Einige haben geschrieben, macht mal 24 Stunden im Keller. Das ist ein bisschen schwer. Wir haben aber keinen Keller. Dann müssen wir das Haus erst anheben, einen Keller drunter bauen und ein Haus wieder drauf setzen. Wir haben keinen Keller. Also, schreibt mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen. Falls ihr euch gefragt habt, wo Kloppo ist. Kloppo ist bei Oma. Kloppo. Die ganze Nacht. Luchte einen Tag bei Oma schlafen. Und wir gehen jetzt ins Haus. Und ich mache Yoga. Damit sich meine Gräten wieder einigermaßen in die richtige Position begeben. Und du? Ich mache auch Yoga. So. Und ihr? Kein Yoga. Eure Gräten. Ich wollte gerade sagen, ihr konntet euch auch richtig schön lang machen. Das war ja wie Zelten für euch. Und dann dreh dich mal um. Tschüss. Tschüss. Lulu. Tschau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Also, ich habe mich hier gut gefühlt drin. Das ist toll. Zwar wurde es etwas warm, aber... Richtiges Abenteuer, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Daumen. Und vergesst nicht. Dann kann man auch zu abonnieren. Hier unten auf den Backen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss. 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 Tschüss.